Hey zusammen, ich bin mit meinem Model Y jetzt zu Hause angekommen und in diesem Video zeige ich euch, was ihr alles nach der Abholung einrichten könnt. Sitze, Lenkrad, Spiegel, das Handy als Schlüssel und so weiter. Bleibt also dran. Viel Spaß! Ja, bei der Abholung bekommt ihr dieses kleine Etui überreicht. Dort befinden sich dann zwei Schlüsselkarten drin. Das sind eure Schlüssel für das Auto. Das heißt also, ihr könnt euer Auto dann mit dieser Karte auf- und zusperren. Die haltet ihr dann hier hin. Dann seht ihr, sperrt ihr zu oder wieder auf. Und diese Karte benutzt ihr auch in der Mittelkonsole, um das Fahrzeug zu starten. Falls ihr nicht immer das mit der Karte machen wollt, könnt ihr ganz bequem euer Handy als Schlüssel einrichten. Das bedeutet, wenn ihr mit eurem Handy in der Nähe seid von eurem Auto, könnt ihr ganz bequem die Tür aufmachen, ohne dass ihr die Schlüsselkarte dabei haben müsst oder ranhalten müsst. Genauso könnt ihr dann das Fahrzeug starten mit dem Handy, ohne eben die Schlüsselkarte immer ranhalten zu müssen. Und wie ihr das einrichten könnt, zeige ich euch jetzt drinnen. So, normalerweise steigt ihr euer Fahrzeug ein, drückt die Bremse, dann startet das Fahrzeug. In dem Fall möchte das Fahrzeug eben jetzt eine Schlüsselkarte haben. Er zeigt euch an, wo ihr die hinlegen müsst. Einmal hier unten in die Mittelkonsole. Und dann ist das Fahrzeug auch betriebsbereit. Jetzt wollen wir aber unser Handy als Schlüssel einrichten. Und dazu müssen wir einmal links unten auf das Fahrzeug gehen, also in unsere Haupteinstellung. Dort gehen wir dann auf Verriegelungen und dort drücken wir einfach auf Plus. Dann können wir einmal sagen, wir möchten unseren Handyschlüssel hinzufügen. Oder wir können auch bei Tesla einen richtigen Autoschlüssel kaufen. Den können wir dann auch koppeln. Und in dem Fall für den Handyschlüssel müssen wir jetzt einmal in die Tesla-App reingehen. So, in dem Fall sehen wir dann auch schon gleich hier, die App schlägt uns vor, den Handyschlüssel einzurichten. Dort klicken wir einmal drauf. Wird dann uns angezeigt, dass wir einmal die Schlüsselkarte benötigen. Da drücken wir jetzt einmal auf Koppeln. Dann wird angezeigt, wir sollen einmal die Schlüsselkarte in die Mitte legen. Dann wird nämlich die Schlüsselkarte überprüft. Und dann haben wir, wenn wir auf Beenden klicken, da haben wir dann das Handy erfolgreich dem Fahrzeug hinzugefügt. Wenn wir jetzt einmal hier rausgehen, sehen wir einmal Bennys iPhone 12 Pro. Heißt also, das war schon mal erfolgreich. Das bedeutet, wir müssen jetzt nicht mehr immer diese Schlüsselkarten mitnehmen, sondern wir können einfach unser Handy dabei haben, Bluetooth anlassen und solange wir in der Nähe sind, können wir das Fahrzeug aufsperren und zusperren und auch fahren, ohne eben irgendwo was hinlegen zu müssen, beziehungsweise zu starten, Schlüssel zu drücken, irgendwie Schlüssel zu drehen. Sondern einfach nur das Handy dabei haben, reicht völlig aus, um aufzumachen und loszufahren. Das schon mal Punkt Nummer 1. Das ist das Erste, was ich immer mache, weil das einfach das Wichtigste für mich ist. Ich will nicht immer mit so einer Schlüsselkarte hier rumhantieren müssen, deswegen richte ich als erstes immer den Handyschlüssel ein. Punkt Nummer 2, was wir dann machen, wir gehen einmal oben auf das Profil-Symbol, wo jetzt in meinem Fall auch Profil steht und dort erstellen wir dann ein neues Fahrerprofil. Wozu ist dieses Fahrerprofil wichtig? Dort werden alle Einstellungen von dir gespeichert. Das heißt also, wie das Lenkrad eingestellt ist, wie die Rückspiegel eingestellt ist, wie die Einstellungen von einem Fahrzeug eingestellt sind, ob ihr Prozent haben wollt, ob ihr Kilometeranzeige haben wollt, ob ihr automatisch Licht haben wollt oder nicht, welcher Radiosender eingestellt ist, wie die Klimaanlage eingestellt ist, das wird alles in eurem Profil gespeichert. Und sollte mal irgendeiner irgendwas verstellen, drückt ihr einfach auf euer Profil drauf und ihr habt eure alten Einstellungen wieder. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig, da dieses Fahrzeug nicht nur eine Person fährt, sondern mehrere. Das heißt also, jeder hat sein eigenes Profil mit seinen persönlichen Einstellungen. Dann klicken wir einmal auf das Profil, Fahrerprofil erstellen und dort trage ich jetzt einfach mal Benni ein. Das bin ich. So, dann wird das hier angezeigt und dann können wir einmal mit einem Knopfdruck die Spiegel auswählen. Linker Spiegel, rechter Spiegel. Und dann müssen wir mit dem Drehrad hier drehen und können dann so unsere Spiegel einstellen, wie wir sie eben brauchen. Das passt bei mir. Dann gehen wir auf Lenkrad und das können wir dann genauso hier einstellen, wie wir das brauchen. So, das passt auch für mich. Dann können wir hier oben auf Speichern drücken. Dann wird das in meinem Profil gespeichert. Jetzt, was ich noch sehr, sehr gerne mache, das seht ihr hier schon, ist Easy Entry. Das bedeutet, wenn ihr das Fahrzeug in die Parkposition bringt, geht das Lenkrad hoch, der Sitz geht ein Stück zurück, dass ihr eben leichter ein- und leichter aussteigen könnt. Das machen wir jetzt auch und dort müssen wir jetzt einmal unsere Positionen speichern, wie wir sie im Easy Entry haben möchten. Ich möchte, dass das Lenkrad, wenn ich den Easy Entry habe, ganz nach oben fährt, damit ich hier Beinfreiheit habe. Klicken wir auf Speichern und ich möchte, dass mein Sitz ein Stückchen nach hinten fährt. Das drücken wir auch auf Speichern und dann haben wir unsere Easy Entry Positionen gespeichert. Da wird einfach ein neues Profil angelegt, was Easy Entry heißt, wo er dann immer drauf zugreift. So, jetzt habe ich hier mein Profil und jetzt kann ich hier die ganzen Einstellungen durchgehen. Lichtautomatik, Fernlichtassistent, Beleuchtung, automatische Scheinwerfer, Deckenleuchten, Ambientebeleuchtung, Abblendassistent, Lenkradbeleuchtung und so weiter. Dann, was ich immer sehr, sehr gerne einstelle, ist Verschluss nach Entfernen. Das bedeutet, wenn ich mich mit meinem Handy von dem Auto entferne, sperrt das Fahrzeug automatisch ab. Das möchte ich auf jeden Fall. Hier unten können wir dann noch einstellen, eine akustische Verriegelungsbestätigung. Das möchte ich auch immer, dass ich immer höre, ob das Fahrzeug auch wirklich abgesperrt hat und auch wirklich aufgesperrt wird. Ja, bei Display können wir alles hier, was das Display betrifft, einstellen. Den Anzeigemodus von Tag auf Nacht einstellen, die Helligkeit. Hier unten können wir dann noch sagen, ob wir oben einmal die Prozent haben möchten oder eben die Kilometer. Und ihr seht, wenn ich das hier umstelle, wird das automatisch in meinem Profil gespeichert, dass, wenn einer irgendwas ändert, das automatisch wieder so hergestellt wird. Ja, bei Fahren können wir einstellen, wie die Beschleunigung sein soll. Standardlässig, Lenkmodus, Komfort oder Sport, also wie straff das Lenkrad ist. Und das wird eben auch alles in unserem Profil gespeichert. So, bei Navigation kann ich noch ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel die Navigationsansagen. Ich habe die gerne aus, andere Fahrer möchten die gerne anhaben, deswegen speichere ich in meinem Profil einfach ab, dass das bei mir lautlos ist. Und wenn dann ein anderer was einstellt, ist es bei dem wieder laut. Dann bei Sicherheit können wir noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel den Wächtermodus, Sicherheitsalarm und so weiter, Innenraumüberhitzungsmodus. Bei Service können wir nicht viel machen. Bei Software können wir einen Namen in unserem Fahrzeug geben und ich nenne das Ganze Blauwal, weil er einfach ein blauer Wal ist. Sehr einfallsreich. Ja, dann sehen wir hier jetzt noch, dass wir die erweiterte Autopilot-Funktionalität haben. Hier können wir sagen, die Einstellung zum Software-Update, ob wir wirklich jedes Update haben möchten oder nur die wichtigsten. Und das war es dann hier so mit den Einstellungen. Dann können wir bei Musik jetzt noch unsere Favoriten abspeichern. Die sind dann auch bei dem anderen Profil eben gespeichert. So könnt ihr alles einstellen. Wenn ihr das jetzt alles übersprungen habt und nochmal ein paar Sachen einstellen wollt, drückt ihr nochmal auf das Fahrzeug unten links. Über den Schnellzugriff habt ihr, wie der Name schon sagt, schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Außenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, Außenspiegel, Lenkrad. Das heißt also, ihr wollt das Lenkrad schnell einstellen, drückt ihr da drauf, stellt ihr schnell das Lenkrad ein, so wie ihr es haben wollt. Fertig. Geht auf die Spiegel, stellt die Spiegel ein, wie ihr sie eben braucht. Fertig. Dort könnt ihr die Spiegel auch fix einklappen und auch über GPS speichern. Das bedeutet also, wenn ihr immer wieder an derselben Stelle die Spiegel einklappen müsst, speichert euch das ab, dann weiß das Auto das und macht das automatisch. Das war im Großen und Ganzen die Profileinstellung, die ihr im Tesla vornehmen könnt. Ja, und falls ihr jetzt noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Falls ich euch weiter geholfen habe, Daumen nach oben und ein Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.